Hey, willkommen zur 19. Folge mit der Kampagne-Mission Nummer 28, die die wir in der letzten Folge einmal gespielt haben und fast gewonnen hätten. Deshalb muss ich das hier nicht mehr vorlesen, sondern können sofort durchstarten, da ich hier kaum was machen kann. Und Löcher jetzt mal wieder erwischt und stirbt. Wunderbar. Genauso sollte es passieren. Wir wirften mal wieder eine Granate auf uns. Ich komme hier nicht raus, immer noch nicht. Alles scheiße hier. Warum muss ich hier auch in einem Loch von Käse und so? Wie kommt man da rauf? Erstmal einem Wurm hier alles zu versperren. Ich kann hier gar nichts machen, wenn der einzige Wurm hier, der frei rumläuft, tot ist. Und ja, da ist es wieder passiert. Genau das galt es zu vermeiden. Und ich komme hier nicht raus. Jeder mal. Muss sterben. Ach, schießt mir jetzt jemand ein Loch da oben rein. Ah, er hat krümelig angeschossen. Toll. Aber wenn die sich hier selbst bekriegen, würde ich einfach mal als Strategie festlegen, ich bleibe hier drin. Ich koste es, was ich wolle. Und ja, scheiße. Ich weiß nämlich nicht, was ich tun soll. Ich kann dem hier mal den Weg versperren. So. Mal schauen, was er da macht. Mach doch hier krümelig erst mal kaputt. Scheiße. Luftangriff. Mal schauen, was er da ist. Mal schauen, was er da ist. Keiner tot? Keiner tot. Schade. Willkommen in der Chilis-Haus. Was schießt der? Wohin schießt der? Hat er wen getroffen? Chilis oder nicht zwei Chilis. Feitling! Willkommen, Kursa-Vogel! Komm in die Gange! Ah, es ist schwierig. Willkommen in der Chilis-Haus. Chilis! Und da hat sich schon wieder einer erledigt. Und was ist mit dem hier? Ist er auch tot? Ja, der ist auch tot. Aber... Schön, wie das hier jetzt läuft. Würde ich natürlich sagen, ich überspringe weiter. Bis hier endlich mal was passiert. Oh, guck mal. Er nimmt das sogar gleich. Ähm... Bitte kommen, Kursa-Vogel! Ist dein verletztes Chilis-Haus? Auweiler! Einfallfettchen ist schon tot. Wann trifft es das nächste? Nooo! Das ist unser Team. Hallo? Äh, das nächste Teammitglied, äh, der Feinde ist gestorben. Auweiler! Mir will hier immer noch keiner ein Loch reinschießen. Großer Vogel! Ich glaube auch mal, es ist viel zu gefährlich, jetzt hier irgendwas zu machen. Und der ist auch gleich tot. Na ja, noch nicht ganz. Hallo? Verstehen! Ich mache gar nichts und die tun sich hier gegenseitig oder selbst dumm. Ich genieße jetzt einfach mal die Dummheit der Feinde. Auweiler! Wo sind wir Tees? Vor allem, da ich ja nur noch einen Wurm habe, muss ich mir genau überlegen, was ich mache. Ach Gott, mach doch jetzt mal irgendwas, das mich weiterbringt. Elektro-Magnet. Elektro-Magnet. Komm in die Gange! So, und da schmeißt jetzt jemand seine Granate rein und ich bin tot. So wird es laufen. Ich bin der Tees! Naja, aber fast. Es war jetzt gerade so seine Strategie, ne? Recht. Aber ich muss auch mal was machen. Deshalb. wieder ins Loch zurück. Ratenköder. Und Käse. Willkommen zum Cheese-Haus. Hallo? Bitte kommen, Herr Körner-Torren! jetzt muss ich noch den hier irgendwie treffen ich hätte fast den kälse getroffen aber so muss ich das jetzt irgendwie schaffen weiterzumachen dem ich so weitermachen muss ich das schaffen genau ich glaube ich bin schon mal auf dem richtigen weg naja eigentlich wollte ich den anderen treffen und nicht käse aber egal ist er erstmal hin cool das letzte ding da unten kaputt gemacht gut jetzt muss ich den nur noch treffen fünf was machst du jetzt cool aber jetzt bist du tot jetzt hast du dein schicksal besiegelt und bitte rakete triff jetzt zeig mir dass du nicht dumm bist oh nein dann sowas wieso was für ein glück treffer und versenkt damit wäre die 28 auch geschafft wow cool dann hoffe ich ihr seid mit dabei wenn ich beim nächsten mal die 29 mache also bis dennne ja 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 ja